Ja, das Boot von denen ist schön gefickt, aber bei uns das ist einfach, glaube ich, versunken. Was für eine Killerinsel auch. Die ganzen Felsen drumherum, da kann man aber schlecht hinfahren. Kapitel 13. Marooned. Ich muss auf diese Pläne gehen. Sam! Sam, wir sind hier! Ich werde weiter auf den Boden gehen. Ah, schön die Pfütze küssen. Ah, nicht so geil. Sam, verdammt! Sam! So, können wir hier klettern? Schafft er das noch? Ja. Ist anstrengend, aber er kriegt Sinn. Er kriegt Sinn. Snaven Drake, Mann. Er war schon in einer schlimmeren Situation. Sam! Hm, ja, jetzt sind wir richtig. Jetzt sind wir richtig. Da. Diese Küste, ne? Jedes Boot wird daran zerschellen. Was? So, da sind die anderen Boote. Ich glaube, von den Typen hat es irgendwie keiner überlebt. Ah, okay, wir schauen mal was haben wir. Ist irgendwas drin? Ey, kann ich's aufmachen? Ja, kann ich. Gar nichts? Ja. Ah, als ob das schon jemand geplündert hat hier. Das gibt's doch nicht. Ja, okay. Gleich was ökli, Sam. Katar auch? Weißt du? Ja. Eigentlich sollte man jetzt am besten erstmal einen Sturm aussitzen, weil das ist... So einen Sturm jemanden zu suchen, geht davon gar nicht klar. Das ist der erste Seite von... ... crazy. Jesus. Ah, verdammt, ey. Jetzt bloß nicht abrutschen. Sieht ein bisschen glitschig aus hier. Ja, ne? Läuft grad nicht alles super geil für die. Okay, da komm ich nicht hoch. Boah. Ja, ja, bieb, 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 bieb. Vor allem der Stein müsste eigentlich so glitschig sein, da müsste er einfach einfach abrutschen. Alter, vom Weiten sah die Insel gar nicht mehr so groß aus. Aber die ist ja... ...massiv. Kommt er da hoch? Nee, kommt er nicht, ne? Doch. Nee, kriegt er nicht hin. Doch, das kriegt er hin. Okay, gut. Nee, krieg keine Sprünge hin. Es ist zu rutschig. Okay, gib mir den hin. Achso, okay. Ah, okay, okay, okay. Von Hand zu Hand. Weil springen kriegt er, glaub ich, grad echt nicht hin. Ja, einfach weitermachen, ey. Aber die... ...Landschaft wieder. Es läuft grad alles scheiße für ihn, aber... ...er hat die ganzen Ausblicke. Die ganzen geilen. Ey, dieser Berg da, ne? Der ist, äh, nicht beeindruckend. So, da hin. Yep. Stück für Stück. Ja, das ist jetzt ein bisschen glitchy hier, ne? Ja, ja. Genau so. Genau das meine ich. Kriegt er das hin? Ja, ja, kriegt's hin, er kriegt's hin, er kriegt's hin. Okay, kriegt's nicht hin. Dann geh ich einfach mal hier hin. Oder? Nee, kriegt er auch nicht hin. Shit. Weil da rutscht ja grad die ganze Zeit... Achso, ich muss hier... Hm. Hier hoch einfach. Ja, das kann er. Ja, ja, jetzt sagt er mir wieder. Ja, Mama, hier. Stück für Stück. Sagt er mir bestimmt wieder. Ja, ja, das sagt er mir wieder. Ja, ja, ich hab's schon gemerkt. Und cool. Ja. Dreimal versucht und endgültig abgerutscht. So, jetzt ruhe ich erstmal aus. Das war... Genug fürs Erste. Das war ich genug. Das war er. Ja. Das war ich ein bisschen. Sam. Das war das Ziel. Wo bist du? das ist jetzt wieder eine richtig lange Distanz hier schön klettern muss halt ja kein Proviant ne Alter das kann man ja gar nicht aushalten ähm so wohin springe ich ich springe einfach mal dahin ich hoffe es klappt so hier entlang zack zack okay jetzt schafft es aber wieder normal zu springen gerade eben war da komplett ausgepowert ging nichts mehr okay komme ich auch lang okay schwingen wir uns mal hoch geht schneller zack 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 oh okay keine Ahnung irgendwie will ich so in eine Richtung dann sehe ich auch da kann ich da lang und dann sehe ich auch da könnte ich einfach mal da lang und dann keine Ahnung so wie es passt einfach machen das gefällt mir auch es gibt nicht den einen richtigen Weg es gibt so voll viele einfach okay hier hoch hier hoch nein 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 ach komm schon ja da willst du nicht runterfallen da willst du nicht runterfallen da lacht er noch so jetzt aber hier hoch hier schaffe ich so kann ich dann ja kann ich pack man sich daran noch festzuhalten an dem kleinen Stupser oh shit da kommen die typen rave shit und die gehen die sind viel schneller da ist ja und wir müssen so einen ganzen weg zu fuß verdammt was ist das für ein geräusch ach so der wasserfall oh shit alter wie der aussieht verdammt ist das schön ja bitte oh ok unter dem wasserfall ey das ist ja perfekt komm ich da runter ich dachte da wäre Boden unter mir ok jetzt sind wir hier hinterm wasserfall ah nice so ok weiter geht's ich hätte dafür gerade eben ruhiger klettern müssen nicht so stressig oh dieser lichteranfall hier chic ähm na ne wohin ah ich glaube einfach mal dahin ich meine ich habe auch keine Ahnung wohin eigentlich 80% ist ja eh raten wohin man laufen muss oder sollte oder was auch immer einfach mal dahin irgendwie wenn man es wenn es geht ja ok doch ich muss durch die Höhle hier ist glaube ich kein Weg die Höhle ist ähm ah fuck man muss jetzt wieder komplett zurücklaufen da geht nicht komplett aber ein bisschen halt oh schaffe ich das ja gerade noch so geschafft hui ok klein spaziergang durch die Höhle schade ich auch keinem ähm eine Runde slide ne ja kommt eine Runde slide aber nicht ganz runter jesus christ jesus christ jesus christ aber das war eine bessere rutsche weil da ein bisschen Wasser involviert war also einfach durchs Wasser hier ok ah erfrischend ah ein Schatz jiiiho oh ist das achso ok ein Fernglas jaja na niedrige Decke wo lang wo lang achso ok dann gibt es noch einen Weg zum Glück hm oh doch jetzt oh ich weiß so langsam glaube ich wo wir sind das war auch glaube ich irgendwann eine Demo die die präsentiert haben ja bei der Playstation Experience irgendwann stimmt ja ich kann mich erinnern jaja jaja ich kann mich erinnern ah ok dann weiß ich schon was gleich bei der Stelle passiert ok so wieder das shit zum lesen den ich nicht lesen werde und erstmal wegpacken so zack na ne arme Schweine ähm ich guck mal eben hier vielleicht liegt hier noch etwas kleines ne nichts schade ok dann hoch keine Zeit verschwenden hier haha der Bastard der Bastard hehehe in den Stiefeln das geht doch nicht da da so oh 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 komm jetzt sehen wir ich muss irgendwie halbwegs erinnern aber das hab ich komplett vergessen geil ähm ok warte ne ne nimm mal kurz da hoch äh hoch springen geht das? ne geht's nicht? irgendwie klappt das nicht so achso ok jetzt versteh ich schon ok 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 hab ich gar nicht dran gedacht dass das auch noch geht springen und dann das Ding machen oh shit und zack und zack ok ok nice jetzt versteh ich's wow was ist das? ist das Berg oder Turm? das sieht irgendwie er ist ein Berg aber das sieht geil aus sieht geil aus sieht geil aus ah jetzt kommt der nice Sprung an die Wand und oh bisschen's leiden so ja gleich stoßen wir auf Gegner ja das weiß ich noch seitdem die haben hier noch irgendwas geändert kann ja sein ich meine die Demos schon etwas älter ah ne die sind nur da ok worauf schießt du? ja oder so ein Vogel erschlagen weckt sich alles man bist du bekloppt all right everyone falscher Alarm ja ja falscher Alarm uh ja komm den schlage ich weg wäre ja interessant dass er keine mehr runterschubst der er nockt dir einfach so um anstatt hier runter zu schubsen das wäre ja gemein ähm hahaha gar nicht unauffällig oder so ja egal alles gut dann machen wir eine kleine Schießerei hier wir waren eh glaube ich langweilig der eine wollte sowieso eine Schießerei haben der ist ja schon aus Langeweile auf irgendwelche Vogel geschossen ja ups ok kurz ok natürlich auch nehmen so sind die nächsten Moni ich bin eine Granate wo ist sie? also ok hinter mir gut gut ist hier weil sie ein Buschwerk ist da kann man hier schön ausweichen seh nix alter und weg klatschen ganz ehrlich ich seh grad nichts ich weiß nicht wohin ich chill mal eben kurz hier alles gut? ja alles gut so eben runter wow so komm schlag ihn runter ok jetzt hat er einen runtergeschlagen shit 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 mieses Schwein nu die ganzen Büsche sind so krass im Weg ne wenn die auf derselben Ebene sind wie ich dann sieht der echt schlecht ok dann haben wir dann haben wir auch ah ist aber keine Munition mehr gib mir die Fall hab ich wohl keine Wahl die Para die Para die Para oh ist das die Stelle? ist das die Stelle? diese berühmte Stelle aus der Demo und da unten steht gar keiner grade ist voll unpraktisch für mich ok dann schwingen wir einfach hier hin ich glaub wir sind bestimmt nicht irgendwo noch gegen aber zum Glück gerade noch keinen in Sicht oh da oh shit 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 alter drei Leute ahaha drei Leute hintereinander oh was macht der denn da? oh fick dich ans Knie iiii ooooh das ist das für ne Waffe ich will die haben ok ich will sie da nicht haben ich will da gar nicht hin obwohl doch ich will sie haben ich will sie haben was ist das für ne Waffe das ist ein Shotgun? what the fuck das ist das für ne Distanz ok gleich haben wir hier ne Runde weil weise ah scheiße was haben die da für Typen? ah ne darauf war ich nicht vorbereitet auf solche komplette krassen Spackos hinter spring rüber ooooh jetzt doch von hinten ne warte gar nicht von hinten ey warte was war der jetzt einer hinter mir? ne da war keiner er war der Sniper ah doch jetzt seh ich ihn w-w-w-w-w-was alter war der von der Granate vor mir ok den Sniper hab ich keine Gefahr ausgeschaltet seh ich nein weg damit weg da weg da wow ok fuck 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 wo werfen die Granaten? ich sehs nicht mehr ok ich muss jetzt schnell weg das ist mir zu stressig da an der Stelle fuck äh haha kacke die Typen da scheiße ich muss hier meine Granate werfen weiß nicht ob ich soweit werfen kann ich probier's einfach mal ach ich hab sogar echt getroffen die Granate ist angekommen hab ich nicht gedacht ok warte dann ungefähr so oh nein shit man ey gehts gar nicht klar ich müsste die da vorne irgendwie töten aber ich weiß nicht ok einen hab ich anderen hab ich auch ok den hab ich jetzt auch das ging schnell zum Glück ach komm machen wir den geilen Slide hier ich glaub ich hab eh alle getötet oder? kann sein ja alle tot wird wohl irgendwie nichts mit leise werden hier nach kein einziges mal eine Region komplett leise geschafft ich glaub ich glaub das geht wahrscheinlich ne ich bin zu blöd dafür boah nice ein Granatenwerfer den nehm ich gerne immer gerne so ich schätz mal hier oben lang ne so sprung zack und wo lang ah da ok seh ich schon ich seh schon nein nein ja ok lass mal rein machen wir das ganz normal brauchen nicht nen Haken auch wenn er cool ist so da jetzt upsala und zock ok oh nice voll im Dschungel was ist das? was ist das? was ist das? wow das ist ziemlich dark ok ich lese mir die irgendwann später durch wenn ich es wahrscheinlich nur ein zweites mal durchspiele wahrscheinlich jetzt am ersten durchspielen wie ist es so ziemlich relevant für mich so ja die schöne Steine hochklettern und was oben auf uns lauert weiß ich halt leider auch schon aber naja ah wir haben es geschafft ja 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 du bist ja ja ich kann nicht weg von es ist gut zu sehen du bist du bist komm wir haben ein treasure warte warte was was du hast auf dem warte also wir aus von Nadine ja Just hear me out. Crazy suggestion. Let's go down there and at least secure one of Rafe's boats. The boats can wait. You wanna know what we're doing here? We are buying my life back. Okay, and we're gonna do that by stepping into that jungle and finding Libertalia. Have you even seen any signs of a massive pirate colony? Because I sure the hell haven't. It's a little late to start developing doubts, don't you think? Look, can we at least acknowledge the chance that maybe Avery's idea for secret pirate utopia didn't pan out? And maybe we're just swept up in this fantasy when instead we should be looking for a real way to save you. I'm gonna scour this island inch by inch if I have to until I find that treasure. Now, if you're confused about what you're doing here, then you can go home, Nathan. Wait, wait, wait. I can go home? Are you kidding me? Do you have any idea what I put on the line to get you here? How about what I put on the line? Okay? The last 15 years of my life. This has nothing to do with that. It has everything to do with that. What? Holy crap. You still want to go home? Let's see what else we can find. Okay, da haben wir noch was gefunden. Aber ich frage mich wirklich, wenn die einen Schatz finden, es wird nicht wenig sein. Es wird eine Menge sein, wenn sie was finden. Wie wollen die damit wegkommen hier? Vor allem mit so einer Armee im Rücken. Das ist hier die richtige Frage, wie die das anstellen wollen. Oh shit. Komm, das muss doch Sam gesehen haben, als er da irgendwie in die Richtung gekommen ist, oder nicht? Okay. Aber ist ja nichts. Aber schon mal Anzeichen sind gut. Können wir auf jeden Fall was finden, hoffentlich. Aber die anderen Typen hier, die ganze Armee, wo ist die denn überhaupt? Soll locker schon richtig weit inland sein. Da rein? Ja, da rein, okay. Na, wer hätte das gedacht? Was ist hier? Ja, die Runde könnte ein bisschen arbeiten. Ach komm, kannst du ja in der Runde kriechen, das ist doch nicht so schlimm, oder? So Hocke ist das Minimum, dass er geht, okay. Also hinlegen ist kein Tabu für ihn, ne? Schau, ist irgendwas noch in der Ecke? Steck. Okay, ich bin durch. Ah, okay, man kann hier draußen rum, okay. Okay. Äh, da lang? Hier lang? Warte, warte, da lang oder da lang? Frage über Frage, ich geh jetzt mal hier lang gucken. Obwohl? Ich weiß nicht, ach, ich geh nochmal kurz. Ach, jetzt komm ich nicht mehr runter, oder was? Okay. Hey, da ist ein Weg raus. Äh, es ist zu hart. Na, um irgendwas rumhoch zu kommen, ne? Schauen. Irgendwas hier rumstehen, rumliegen. Mal schauen, mal schauen. Komm, haben die keine dicken Kisten zum Rumrollen? Nirgendwo? Ah, doch, doch, haben die. Praktisch. Und sogar Rollen drauf. Na, die Typen früher haben wir an alles gedacht. Hammergeil. Ja, was ist da los? Was ist das? Ja. Wahnsinn. Ja, das ist eine kleine Stadt. Keine Hände. White Street. Wahrscheinlich ein kommerzielles Distrikt. Ja. Vielen Dank für das, Nathan. Komm mal. Bitte, sieh. Du willst nur hören, mich zu sagen, nicht wahr? Ich wirklich will, dich zu sagen. Okay. Libertalia. Libertalia! Die lange-lost legendäre Pirate Utopie hat, nach 300 Jahren, von Samuel Drake. Und? Und, und seine younger, etwas weniger charmeer Bruder. Haha. Ich weiß immer, dass du etwas machen würdest. Ja, so eine dritte ist es. 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 Ah, Wahnsinn. Aber wir werden nicht lange allein sein, leider. Na, das ist ein dickes Teil. Ja, das ist ein dickes Teil. Ja, ich sage, wir gehen sehen, was es guardiert war. Das funktioniert für mich.